Ich habe eigentlich nichts gegen ÖV. Ich habe eigentlich auch nichts gegen Bahnhöfe in der Schweiz. Aber was ich etwas dagegen habe, ist der Food, den man bei den Schweizer Bahnhöfen bekommen kann. Wobei, das ist eigentlich auch kein Food. Das ist mehr der Wettbewerb, dass man sonst noch alles zwischen zwei Weissbrotscheiben klemmen kann. Oder in einen Blätterteig stossen. Nach dem Motto, oh, wir haben hier noch eine Hanfelle Spinne gefunden. Komm, wir nehmen die Hanfelle und drücken sie in einen Gagelblätterteig. Machen ein paar Ritzen rein und verkaufen sie als Spinne weg. Oder, oh, vor unserem Laden ist gerade eine Taube gestorben. Komm, wir nehmen diese Tauben und klemmen sie zwischen zwei Weissbrot die Hälfte rein. Oder, oh, jetzt hat gerade einer den Sandwich gekauft mit der toten Taube drin. Hat es rausgenommen und hat es draussen gegessen und hat den Boden gekotzt. Komm, das nehmen wir auch noch gerade und verkaufen sie in einen Gagelblätterteig. Verkaufen sie als Wurst wegge. So sieht es dann oben aus. Aber das ist nicht einmal das mit den Bahnhöfen. Beim Grossverteiler hat man eigentlich Ähnliches. Und dann müssen wir so Sachen essen wie Annas Best. Annas Best! Das stellen wir einfach nachher vor. Ich stelle mir die Frage, wer ist die Anna? Und was geht ab mit dieser? Also, ich störe mich auch nicht einmal ab diesen Küchenstücken, diesen Dreueckigen, wo man so in einer Plastikschale tut, schön anpasst. Oder irgendwie, ich habe auch nicht ein Problem mit Bündner Gerstensuppe, die so in einem Beutel abgehackt wird. Dass man sie dann nehmen und zu Hause angehängt, dass man sie dann intravenös zu sich nehmen. Das ist nicht das Problem. Aber was ich dann ein Problem damit habe, ist einfach gehackte Zippeln zum Beispiel. Bereits gehackte Zippeln in einer Plastikschale. Dann stellst du zuhause nachher die Frage, was ich machen will. Spaghetti Bolognese, ich habe alles, Hackfleisch, Tomatensoße. Ich habe sogar eine ganze Zippeln, aber nein. Und dann kann auch viel lieber eine bereits gehackte Zippeln, dass es einfach zuhause ausleeren muss. Oder dann hat es zum Beispiel dämpfte Herdöpfeln. Bereits schon geschälte. Also auch das zu weit zu gackeln. So aus der Plastikfolie kannst du drücken. Und dämpfte Rande. Als ob wir das nicht selber könnten. Dann frage ich mich dann, was kommt als nächstes? Rüebli, schon gecatcht? Dass sie irgendwie mit Speichel noch versähen, als Brei dann. Für die Kinder. Und ich sage mir dann einfach, wenn das Annas Bestes ist, wie wäre dann Annas Worst? Dann stellt mir dann Anna vor. In ihrer Küche, die Riesenküche, sie ist ganz allein. Und ist nervlich, völlig am Boden. Und dann kommt irgendwie der Betriebsleiter und sagt, bist du endlich fertig? Es muss fertig. Und Anna sagt, nein, ich habe nicht. Nein, das muss jetzt fertig sein, komm, mach jetzt. Er schiesst sie zusammen und geht raus. Und Anna ist ganz allein. Und dann macht sie da weiter an ihren Sandwich. Die Sandwich. Ich finde, keine Tomatenscheibe auf der ganzen Welt hat es verdient, dass man sie mehrere gefühlte Tage lang beaget und dissen und sagt, was bist du für... Und dann nimmt man sie und schiesst sie noch durch den Raum. Und dann ist sie so in der Wange. Und bleibt dort für mehrere Tage. Und dann erst später nimmt man sie und klemmt sie zwischen zwei Brathelftinnen mit Salami und Schinken. Und dann tut sie noch die ästliche Flüssigkeit absondert ein Brot hinein, dass das so richtig durchgesinkt ist. Dass sie theoretisch dann so abkratzen und dann die Fugen abdichten damit. Aber machen sie nicht. Das habe ich auch schon gemacht. Das stinkt wie die Sau bei den Fenstern. Aber ich stelle mir vor, Annas Best... Man müsste es eigentlich anders lesen. Man müsste eigentlich sagen, das ist das Beste, was sie machen konnte, die Anna. Mehr geht nicht. Besser ging länger. Das müsste eigentlich auch der Slogan sein. Annas Best besser ging länger. Vielleicht müsste es heissen, Annas Most Possible. Das wäre dann das ehrlichste. Oder ich stelle mir vor, ich lese es jetzt einfach anders aus sprechen. So anders aus. Dass man nämlich das gehört, was einem daran erinnert, das ganze Zeug. Annas Best.